Krass, okay, 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 dritte Liga, Regensburg, Digga, Ulm auf Platz 3 ist so crazy, das Ulm auf Platz 3 ist krass als Aufsteiger, ne? Freiburg 2, was? Ich schwör's euch, ich hätte nicht gedacht, dass Freiburg 2 letzter ist, bei Duisburg brennt es auch, bei Lübeck auch, hier auch. Boah, was glaubt ihr, mal einfach nur ganz wilde Theorien, wäre ich in der jetzigen Situation noch bei Mannheim und würde streamen, boah, 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 das wäre so crazy, ich glaube das hätte weh getan. Die Welt würde brennen, die Welt würde no care brennen, das sind die Nachwirkungen von dir, hast du recht, Digga, ich bin wie eine Krankheit.